Wir geben uns mal auf den Weg Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Lupsabuossa cabrosa! Da Merde sie! Der stirbt Boah, nach 500 Kölk erfüllen Nee? Ja, ich habe Kinnigs gewählt, das heißt, ich habe mehr Gold bekommen So! Das heißt, ich habe jetzt 303 mit Kate Cliff Ja, warum sehe ich dich nicht Kate Cliff? Er bin ein bisschen komischer Name, deswegen, also für einen Junk, ich meine Für einen LOL, ich weiß nicht, kommt komisch Sie würde ich die ganze Kate sind sagen Okay, mein Redbox ist weg, der wurde mir geklaut anscheinend Oder habe ich den gerade gemacht gehabt und habe vergessen, den fertig zu sein, kann auch sein Wenn ich käme auch unsichtbar, weil Wenn ich unsichtbar bin, ihr seht, schon bekomme ich eine Hardcore Mana Regeneration Deswegen brauche ich auch eigentlich keine Mana Wir warten ganz kurz Wie kostet das? Es kostet 40, 50, also ich brauche ein bisschen Mana schon Ja, der braucht auf jeden Fall Hilfe So Dann gehe ich mal jetzt hoch Dann werde ich mit Kate natürlich Mit Evelyn Natürlich wieder einen ähm, Rabidons holen Dann will ich nicht richtig abgehen, dann am Ende gehen Da hast du Sinn Hinterher, hinterher, hinterher Den kommt mir auch nicht Ist mir egal, ob ich den Tower-Difeln muss Sehr schön Wenn ihr jetzt drüben einmal hier ankommt, sie mit uns Dankeschön So Die 2K gehen wir jetzt zurück Das ist ganz cool Wir haben jetzt 3 und 4 Also wir sterben auf jeden Fall noch nicht so schnell Wir sind recht gut gefiedelt Das ist doch das, was wir alle wollen So, dann hole ich mir die Score-Shoes hier noch Und dann geht es hier jetzt noch mal runter Gleich noch mal zur Bot-Lane Jetzt wird nämlich gegankt ohne Ende Diana, komm, Drake Blitzkrank war aber auch gerade die Harte In die Nacht So, Fizz ist gerade auf der Mitte Schroger hat versucht Fizz zu erledigen Wird aber nicht sehr viel werden So, hier gehen wir zum Atrium Ja, Diana, eine Frau jetzt äh Was? Das ist gut, wie sie versucht es weg so irgendwie nicht zu kommen So, Rätter Wo ist der Fizz hin? Wo ist der Fizz hin? Der Fizz hin Ok, go go! Boah, Miesel sterben Diese sterben Das der Astor tut, das der Zweite tut Das ist doch super Ist jetzt schon wieder falsch gelaufen Go 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 Leute 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 ich will nicht terminiert werden Och mann Und da stirbt der nächste Kommt ihr kriegt er jetzt oder? Trash geworfen Nein den schafft er nicht Den kommen beide Das ist krass Oh das ist ein Hook gewesen gerade Komm schon Trash Komm schon Trash Nein Trash Lauf hier lang Lauf da lang Ja 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 Oh mein Gott da konnte ich nicht mal items kaufen Das war gerade so spannend Ähm Das hört sich sehr gut an das hole ich mir gleich mal Tausend life mehr Tausend life mehr Äh tausend life mehr 400 So Diana kommt mit runter Da ist Ezreal Und Und go go Und da ist hier einer gestorben Und auch hier der blitzfang stirbt Jetzt Oh Oh Von her Ich krieg dich Kann ich aber versprechen Ich kriege ich nicht Ich könnte mich finden Sein natürlich er sieht mich nicht mehr Natürlich Ich kriege sie Bis zum nächsten Mal Oh Oh geht's gut ab. Gehen wir jetzt hier runter zu Fizz. Sieg mir den Sinn und dass wir kommen. Die Nacht ist mein Wehrpunkt. Boah, 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 boah. Uiiaiaiaia, boah, boah. Ich habe noch kein Rampsepple drin, aber diese Farm kann ich trotzdem, ja. Schnell, ich bin hier. Ich bin hier. Das war's. Der Atlantyra vom Trash hat mich jetzt echt gerettet. Er hat mich jetzt echt gerettet. So, wollen wir uns die beiden license hier. Wie ihr seht schon, wir gehen echt ab. 5, 1, 6. Wir sind einmal gestorben leider. Weil da nicht genug Teamwork vorhanden war. War ein bisschen doof von uns auch da rein zu gehen. Aber ich wollte jetzt die Diana nicht sterben lassen. Im Endeffekt haben wir's ja noch halbwegs normal hinbekommen. So, Evan geht hier natürlich hin, holt sich das Ding. So. Dann geht mal Movementspeed und kommen. So, soll man entkommen. Ich lauf da mal weg. Ich lauf da mal weg. Das wird nichts, das kannst du vergessen. Doch, es wird was. Irgendwie das wird so. Du hast ein enemy. So. Da ist der Sinn. Da kommen wir da mal loslegen. Dann, wo muss ich. Ich werde jetzt sterben dabei aber. Komm den kriegt er jetzt. Den kriegt er jetzt. Der kriegt er jetzt. Ich werde mir den sicherer sehen, dass ich ihn nicht kriegt. Oh, Schugart, komm schon. Schugart. Jetzt bin ich echt umsonst gestorben. Ich glaub's nicht. Tja, das war jetzt nicht so toll. Ich dachte, den schaffen wir jetzt auch noch. Gleich muss ich Mama helfen. Okay. Slash Air. Ich bin noch in einer Runde. Weil du sagst, du auch. Ich bin gleich fertig. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oh. Ja, das habe ich nicht mehr zurückgeschrieben. Okay, gut dann halt nicht. Ich gehe mal ums Movement Speed. 575. Jetzt sind wir verheftig. Dann kommen wir schnell voran. Oben geht's ein bisschen abgerade. Ich weiß nicht, ob der drunter mal seine Ulti-Grad hat. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Gut, das war's dann. Ich komme da noch nicht runter. Das spürt zu Greene. Zieh mal einer an. Das Spürt zu Greene. Schäden heben. Schäden wird zurück. Ich hoffe sie kommt jetzt mit runter. Ich hoffe es ist hier nicht. Es braucht viel Arbeit um so zu so zu gehen. Ich mache den Hammer Und jetzt sterben die, aber die Vidi jetzt nicht sterben, die Vidi fliegen Komm schon So, noch einer tot. Okay. Ich habe jetzt ganz schön Leben verloren. Umgegt Meno, Laika, Boss, Rake. Das waren wir immer sehr gut. Der Zündame hat mich nicht bekommen. Hätte ich nicht mehr Leben gehabt, wenn ich auch am Tower hinterher geraten habe. Leider hatte ich nicht mehr Leben. Was diese Entscheidung dann abgenommen hat. Da ist Zündame schon wieder. Ihr seid doch noch nicht cool, weil es hat er gerade kein Ding. Ähm... Deathfirecrest hol ich mir jetzt mal für die Abklingzeit. Das ist noch ganz cool finde ich. Und ein bisschen Mana klinge ich auch noch. Dann laufen wir mit meinen Freunden hinterher. Dass das noch was wird. Gehen wir noch drunter mehr hier oben. Und holen wir uns jetzt auch. Der kommt doch immer noch wo jetzt hier runter, oder? From the darkness? Doch, kommt doch. ��오, mit wo ist das ein Dich? Ich wollte mich nicht, dass ich jetzt keinen von den töten würde, oder? jetzt ging es gestorben dabei ja noch nicht mehr dabei das habe ich jetzt aber selbst auch nicht gesehen das war jetzt nicht so das tolle zurückgepusht ränder rein du hast ein bis der erste ist stimmt sofort wenn der da rein rennt und diana ist von hinten noch dabei mit ich komme jetzt auch fokus esrael komm schon fokus esrael ich denke was du kannst dankeschön vielen dank für die tode vielen dank wie lieb von dir wirklich mal den dragon noch mal ganz kurz es geht um es geht um und jetzt gehen wir noch zu Baron Baron Leute Ich brauche jetzt echt einen Trash hier Oh mein Gott Ich brauche einen Trash hier Trash Das war nicht knapp, das war ein Witz Das war, also das war jetzt Was soll man dazu noch sagen, ne? So, ein bisschen movement speed Dieses, dieses, keine Ahnung, dieses Sprechen andere Spaß und Schatten ist mega nervig So, so Nice So, weiter gehts Und Schade 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 So, da ist drunter mehr Evlyn kommt vorbei Fog Master Ich hoffe mal, sei doch nicht so blöd, du bleibst stehen. Sehr schön. Die hat eine Killing Spree, das ist auch ok. Das ist nicht so ok, das ist super gut. Auch ein cooles Feature mit Evelyn ist, wenn man einfach von einem Gegner wegrennt und dabei ständig Q aktiviert und der Gegner dadurch Unmengen Schaden kriegt. Jetzt beklagen sie los. Kommen runter 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 runter. Oh mein Gott. Das lieblich, du colour. Der猜len sieht mich, das ist gelовать. das haben wir nicht bekommen okay und cool der Aaron ist auch gewartet gewesen ich weiß nicht ob da jetzt Neuerworte gesetzt wurden gerade eben mal gewartet wie sieht es hier aus da ist jemand gestorben gerade